Tag 431. Heute gibt es eine Menge Neuigkeiten aus dem Osten. Hier, wo die Frist zur Einnahme von Bachmut fast abgelaufen ist, begannen die Wagner-Truppen mit dem Einsatz viel größerer Angriffseinheiten und eroberten mehrere neue Stellungen, indem sie die Ukrainer mit der schieren Anzahl ihrer Truppen überwältigten. Die Ukrainer kehrten jedoch mit Panzern zurück und zerstörten innerhalb weniger Minuten mehr als sechs Gebäude, die die Wagner-Truppen als wichtige Befestigungen genutzt hatten. Infolgedessen mussten die Russen nach dem heftigen Angriff mehrere Trupps mit Bollerwegen bilden, um ihre Toten zu bergen. Letztes Mal habe ich euch berichtet, dass die Ukrainer damit begonnen haben, wichtige russische Einrichtungen mit Präzisionsangriffen zu zerstören. Ich habe euch auch gesagt, dass ein solcher Einsatz von Bomben und Raketen der russischen Logistik bereits großen Schaden zugefügt hat und sie jetzt Zeit braucht, um sich neu aufzustellen. Die neuesten Berichte deuten darauf hin, dass dies erst der Anfang war. Von der russischen Seite veröffentlichte Kampfaufnahmen zeigen, dass die Russen hohe Gebäude nutzen, um ukrainische Stellungen aus der Pfanne anzugreifen. Bei den zehnstöckigen Gebäuden brauchen die Russen nicht einmal auf das Dach zu steigen, um eine klare Sicht auf das Ziel zu haben. Deshalb haben die Ukrainer vor allem die Hochhäuser entlang der Levanevskower Straße ins Visier genommen, von wo aus die Russen den gesamten Westteil der Stadt unter Beschuss genommen haben. Von der ukrainischen Seite veröffentlichte Kampfaufnahmen zeigen, wie die Ukrainer einen starken Angriff auf eines der hohen Gebäude führten. Nach der Explosion zu urteilen, scheinen die Ukrainer zu diesem Zweck eine Heimas-Rakete eingesetzt zu haben. Ein weiteres Video zeigt eine kontrollierte Sprengung des zweiten Hochhauses auf der anderen Straßenseite. Dieses Gebäude bereitete den Ukrainern große Schwierigkeiten, weil es von russischen Scharfschützen genutzt wurde. Wie wir bereits gesehen haben, kann sich die Frontlinie bei intensiven Kämpfen in den Städten innerhalb eines Tages erheblich verschieben, sodass es so aussieht, als hätten die Ukrainer in dieser Region einen Gegenangriff durchgeführt. Das Gebiet vorübergehend zurückerobert und Sprengsätze angebracht. Die Operation wurde genau zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt, da sich die Russen in dieser Region neu gruppierten, was sie anfälliger für ein Eindringen an der Front machte. Die Operation war erfolgreich und die Ukrainer erzielten ein wesentlich besseres Ergebnis, als es mit einem Heimarschlag möglich gewesen wäre. Im zentralen Teil der Region gibt es viele Veränderungen. Viele Berichte deuten darauf hin, dass die Ukrainer die Ingenieursfakultät und die Medizinische Hochschule verlassen und die Verteidigung in den Hochhäusern dahinter aufgenommen haben. Einige Analysten meinen, dass das Ziel darin besteht, näher an die Hauptbefestigungen heranzurücken, während andere sagen, dass der Stellungswechsel durch den jüngsten russischen Vorstoß aus dem Süden erzwungen wurde. Es sieht so aus, als ob die erste Erklärung besser passt. Denn die jüngsten Kampfaufnahmen zeigen, dass die Russen die Region nicht fest unter Kontrolle haben. Das Hauptziel der Russen war es, die ukrainischen Streitkräfte in Bachmut in zwei Gruppen aufzuteilen. Doch selbst nachdem sie die Kontrolle über die Wirtschaftsschule erlangt haben, bewegen sich die Ukrainer aufgrund der örtlichen Gegebenheiten frei zwischen diesen beiden Teilen der Stadt. Das Gebiet hinter den Häusern liegt im Flachland, was einen direkten Beschuss unmöglich macht. Jüngste Kampfaufnahmen wiederum zeigen, wie die Ukrainer einen unerwarteten Angriff auf russische Stellungen durchführten und mit zwei Panzern schnelles und verheerendes Feuer von zwei Seiten eröffneten. Nach dem Angriff filmten die Drohnenpiloten, wie mehrere russische Trupps mit riesigen Bollerwegen durch das Gebiet fuhren und Leichen und Leichenteile einsammelten. Als die Drohne neue Bewegung in der Region entdeckte, verdoppelten die Ukrainer den Schaden, indem sie die Bereiche der Truppenkonzentration direkt hinter der Wirtschaftsschule angriffen. Es ist unklar, ob die Ukrainer einen Gegenangriff durchgeführt haben, aber ein etwas älteres Video zeigt, dass die Ukrainer bei Gegenangriffen nach solchen Angriffen eine Menge Beute von den Gefallenen einsammeln können. Das Video zeigt, wie die Ukrainer Dutzende von Gewehren desinfizieren, die sie den besiegten Wagner-Truppen abgenommen haben. Ukrainische Soldaten veröffentlichten auch ein Video von einer anderen Trophäe, nämlich einem thermobarischen Artilleriesystem, das angeblich bei Bachmut eingesetzt wurde. Der Leiter der Wagner-Gruppe, Brigoschin, sagte heute, dass die Wagner-Truppen an einigen Stellen bis zu 250 Meter vorgerückt seien, fügte jedoch hinzu, dass dies einen hohen Preis gefordert habe. Er sagte, dass sie an einem Tag der Offensivaktionen 99 Soldaten verloren haben. Die Zahl dürfte jedoch viel höher sein, insbesondere unter Berücksichtigung der jüngsten Artillerieeinschläge und Panzerangriffe auf russische Verteidigungsstellungen. Er betonte erneut, dass sie mehr als fünfmal so viele Verluste hinnehmen müssen, wie er erwartet hatte. In einem kürzlich geführten Interview sagte er, dass die Wagner-Söldner vor die Entscheidung gestellt werden, entweder zu bleiben und zu sterben oder sich aus Bachmut zurückzuziehen, wenn das russische Verteidigungsministerium ihm weiterhin Steine in den Weg legt. Brigoschin setzte auch seine Versuche fort, den Kreml davon zu überzeugen, in der Ostukraine in die Defensive zu gehen. Er behauptete, dass die ukrainische Gegenoffensive vor dem 15. Mai stattfinden könnte und benutzte die Gelegenheit, um die regulären russischen Streitkräfte dafür zu kritisieren, dass sie nicht schnell genug die Flanken der Wagner-Gruppe für die Abwehr von Angriffen vorbereiten. Es ist unklar, wie viel davon wahr ist, aber eines ist sicher. In den letzten zwei Monaten hat Brigoschin nach und nach die Öffentlichkeit auf eine unangenehme Überraschung vorbereitet, sodass er, wenn an diesem Abschnitt der Front etwas Schreckliches passiert, seinen Ruf wahren und die Schuld von sich weisen kann. In der Zwischenzeit stellen die ukrainischen Befehlshaber ebenfalls die Öffentlichkeit auf eine Überraschung ein. Vor zwei Tagen gab der Sprecher der 10. Sturmbrigade bekannt, dass die ukrainischen Streitkräfte für die Wagner-Gruppe eine große Überraschung vorbereiten. Dies wiederholten auch der Sprecher der 93. mechanisierten Brigade und ein Kämpfer der 3. Sturmbrigade, die alle in und um Bachmut kämpfen. Wenn ihr gegen die Invasion der Ukraine seid und meine Arbeit unterstützen wollt, solltet ihr einen Kauf im Onlineshop UA Supporter in Betracht ziehen. Hier findet ihr viele Produkte mit ukrainischen Symbolen, mit denen ihr nicht nur eure Unterstützung für diesen Kanal, sondern auch für die Ukraine zeigen könnt. Der Link zum Onlineshop befindet sich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.